Herzlich Willkommen, du liebe Seele. Schön, dass du da bist. Lass uns nun gemeinsam auf die göttliche Kraft einstellen. Atme zu Beginn einmal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Lass alle Anspannung über das Ausatmen aus deinem Körper fließen. Machen wir das noch einmal. Atme durch die Nase ein und alle Anspannung durch das Ausatmen durch den Mund wieder aus. Spüre deinen Körper. Spüre deinen Körper von innen. Lass alle gedanklichen Belastungen los. Du kannst dir vorstellen, dass du unter einem Wasserfall stehst und reines, klares Wasser jetzt über deinen Kopf, deinem gesamten Körper umfließt. Und alle schwere, alle gedanklichen und körperlichen Belastungen, alle störenden, schweren Emotionen werden jetzt fortgespült. Lass alles los und komme ganz bei dir im Hier und Jetzt an. Es gibt eine Kraft im Universum, die alles belebt. Diese Kraft ist in der Lage, alles in dir mit der vollkommenen göttlichen Ordnung zu verbinden. Jetzt, wo dein Körper von dem reinen, klaren Wasser gereinigt wurde, deine Seele frei und entspannt ist und dein Geist zur Ruhe gekommen ist, bist du bereit, dich mit dieser göttlichen Kraftquelle zu verbinden. Ich bitte die höchste göttliche Intelligenz, das höchste Bewusstsein, das unendliche, bedingungslose Liebe ist, dir jetzt den lichten, heilenden Strom zu senden. Mache dich zum Empfang bereit, mache dich bereit, das Licht aus dem Herzen der höchsten Quelle der göttlichen Intelligenz zu empfangen. Öffne deine Hände, öffne dein Herz, öffne dich voll und ganz und spüre und sieh, wie reines goldenes Licht, wie der göttliche Heilstrom jetzt durch deine Seele in deinen Geist, in deinen Körper fließt. Erlaube dir, dich auffüllen zu lassen mit neuer Lebenskraft, mit höchster göttlicher Ordnung und Harmonie. Und dieser göttliche Kraftstrom fließt jetzt genau dorthin, wo du es brauchst. Dieses göttliche Licht bringt alles in deiner Seele, in deinem Geist und in deinem Körper, wieder in Harmonie und in Resonanz, mit der bedingungslosen Liebe und Ordnung. Spüre in deinem Körper, fühle wie jede Zelle sich in Resonanz mit vollkommenem Heilsein bringt. Fühle wie das göttliche Licht, der göttliche Heilstrom, alles in dir durchdringt. und nimm alles, was du brauchst, auf. Tanke dich auf und wisse, dass dieser göttlichen Kraft nichts unmöglich ist. Alles ist möglich, alles kann sich regenerieren, harmonisieren. Spüre in deinem Körper, spüre in deinem Körper. Lasse dich vom strahlenden, hellen Licht durchfluten, sodass alles in dir sich regenerieren und vitalisieren kann. Wisse, du bist geliebt, du bist geboren und du darfst alle Heilungen geben. Alle Liebe, alle Fülle in Dankbarkeit empfangen. Spüre in deinem Körper. Spüre in deinem Körper, der sanfte Strom fließt. Und schenkt dir neues Vertrauen und Glauben in das Gute, in dich, in das Göttliche. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag oder eine friedliche Nacht. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt weiter für dich diese Göttliche Kraft aufnehmen. Oder weiter in den Tag gehen oder friedlich einschlafen. Danke, danke, danke an all die Lichten, Wesenheiten, Meister, Lehrer, die dich jetzt auf deiner Lebensreise begleiten und führen. Dann zurück in die göttliche Quelle. Dann zurück. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020